was geht leute wir sind wieder zurück zu einer weiteren folge let's play minecraft wir haben in der letzten folge unser wassergeräten fertig gemacht für das zuckerrohrfeld oder fürs bambusfeld eher gesagt das sieht für mich aus wie bambus und ja jetzt können wir schon ein bisschen was geben ist nicht dein ernst bist ich meine fresse es sind felder und keine viehzucht hier jetzt aber schnell 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 es wird nacht los lauf lauf los kam hab so fast ganz zwei ganze stacks ist das nicht herrlich gott So, dann wollen wir mal gucken gehen, was unsere Dingens machen, unsere Steinstufen, die wir am brennen sind, sehr schön, sie sind fertig, kurz vor der Welt 38, nice, achja, ich hab so viel gefressen dabei. Wir hoffen und hoffen, wir haben noch Platz, ok. Oh Gott. Ja, machen wir mal ein bisschen Feldarbeit, diese Folge. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, mein Lama. Geil. Was freu dich jetzt genau? Einmal das. Oh, geil. Und noch ein Sound. Oh, wie geil ist das denn? Nice. Komm mit. Los. Ja, ich hab'n Lama, Lama, Lama. Kann man den eigentlich... Ich muss testen, warte. Ach ja, äh. Moment, wir machen sofort auf dem Feld weiter. Das ist grad voll nice. Warte. Ähm. Alter! Hey, aber wie kann ich da auf das Inventar nochmal zugreifen? Nee, das ist Boxen. Entschuldigung. Lol. Ich will auf dein Inventar zugreifen. Hä? Crafting. Inventar. Ich hab dir jetzt eine Tue gegeben. Kann ich noch nicht drauf zugreifen? Hä? Logik? Oh, egal. Haben wir jetzt einen Lama? Ist mir auch egal. Hä? 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 Ah. Schön mit Ausblick und so. Oh man, erst mal ein Fuß kratzen, Johan. Das ist Holz. Hopp, 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 ich brauche hier, Ding, ich brauche bald neue Kohle, Alter. Krise. Das ist euer scheiß Ernst, ihr Kackviecher. Ciao. Danke, dafür. Drecksviecher, Alter, ich hasse das. Ich werde die Safe noch Dinger drum ballern, Zäune. Das ist ja anstrengend. Das ist ja anstrengend. Das ist ja anstrengend. Wir lassen es doch nicht mal ganz Eis wachsen. Ich werde noch mehr Ertrag rausholen. Nee, noch nicht. Vielleicht stieß ich bald hier mal alles fertig. Loll, bringt. So, okay. Wahrscheinlich warum so ein Tür denn mit viel? Haben wir gerade noch die Pfeel bekommen, ey? Loll, warum es denn mit 38? Okay. Selbst schuld. Scheiß AfD, genau. Mann. Jetzt haben wir über einen Stack. Fast drei. Wie geil ist das denn? Oh Gott, die Slaps müssen unbedingt fertig. Ich werde nicht fertig werden, ey. Unbedingt. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir werden jetzt auch wieder zurück im Inventar von den Kackviechern. Bringen wir das erstmal ins Lager, bevor wir die Kartoffeln ernten. Drecksviecher. Inventar zu klumpen, das können sie. Hey Lama, was geht? Oh Gott, eben kurz am Fuß kratzen. Oh Gott, aah. Ah. Okay, dann könnte man auch einen Steakschwein reinlegen. Äh, Steak, meine ich, Entschuldigung. Chicken, Rind, Samen packe ich da mal mit rein. Geil. Oh, ich glaube, eins meiner Handys, ja. Geil, mein zu anderes Handy ist leergegangen. Sehr schön. Läuft. Genau, äh, ich habe oben. Geht das nämlich schneller. Geil, aber gleich ein ganzes Steak. Steak, Junge. Obwohl wir es gar nicht brauchen, weil wir so viel anderes Zeug zu fressen haben, ja. Ne, oh. Doch, ja, Moment, warte. Dass wir nicht immer was abbauen müssen, wenn wir dann mal weiter machen wollen. Ich mache das jetzt eben einmal schnell so, weil dann muss ich nicht jedes Mal, sobald wir neue Slabs haben, irgendwo, irgendwie. was an- und abbauen. Das macht es viel einfacher. Das macht es viel einfacher. Ach, du Idiot. Das macht es viel einfacher. So. So... Nice! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020